ja hallo liebe freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen video von mir dem interfox schön dass ihr da seid mit dabei sind black hat hallo black hat hallo und it's back schön dass du da bist black hat was spielen wir heute hast du schon die hast du schon die vierte map erstellt ist schon die map erstellt kann ich rein ja entschuldigung wir sehen uns wieder wenn ich drin bin let's go leute wir kommen in den letzten raum hallo hallo seid ihr da auch hallo kenny ok hier ist diesmal alles drin wir haben alles hier können wir schon mal das hauptteil öffnen das ist schon mal gut ok dass wir sind dabei und hoffentlich ist das der letzte partie machen dass wir diesen rot wenn ich durch habe ich habe den grünen key gefunden ja der grüne ist dort wo der fahrsteller ist ja ich habe den aufgehoben aber bin halt jetzt gestorben ich auch ok ich habe hier eine batterie es geht auf jeden fall nach oben ja das habe ich schon gesehen warte was monster pocket los geht's ach so ich bin tot aber ich habe die id card wir sehen uns sofort wieder ok leute let's go die id card haben wir schon mal ok google ok leute wir müssen aber noch ein paar sachen finden ach hier sind alle sind alle unten wieder ja es gibt einen aufweg einen weg nach oben ok das ding kommt das teil kommt lauf 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 nicht in die richtung nicht in die richtung so ich hoffe du hast deine lektion gelernt bitt bitt dumme idee ja genauso wie die afd in der politik entschuldige ich wollte nicht politisch warum wirst du eigentlich in jede politische ähm kenny und ich haben dicke probleme ja dick im wahrsten sinne des wortes ich habe auch einen dick nein 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 ich habe einfach so abgelehnt ich habe eine blaue tür gefunden junge was ist mit dem geht auch andere mehr nicht mich es ist kein andere mehr da doch hallo ach so ja stimmt hatte ich fast vergessen sorry luca ja wow super bist du wieder nett zu mir ich bekomme eine baby werbung jawoll definiere ja sehr schön ich habe direkt die rote tür da ist ein baby ey da ist ein baby unterbrechen alter wie fett ist das bett denn alter guck durch dieses bett man ist das riesig ich habe das fiel gefunden in der roten tür baby plush heißt das spiel wir sollten uns als nächstes mal solchen lustigen fun games echt mal widmen baby plush was ist das where is she hide and seek kann man das online schmied ich guck mir das mal gleich an aber haben wir alles wo wir entkommen schon nein ne noch nicht aber wir haben schon ein part wir haben die ähm wir haben die id card und das fiel wir brauchen noch ähm das fuse und dann haben wir und dann sind wir durch und dann sind wir durch start the generator hier ist ein blauer key jawoll dann haben wir eigentlich schon wieder fast alles ja true ich habe die blaue tür wenn ich hänge fest man ich hänge fest fuse habe ich ich habe fuse dann wir haben alles jetzt müssen wir nur noch alle nach unten kommen oder ja true aber ich belebe mich eh wieder ich bin in die wand gebracht aber weißt du was ich lass mich einfach Leute ich bin jetzt ganz easy ich lass mich jetzt einfach töten dann werde ich wieder unten gespawnt abgeschlachtet sind vor mir ja ok ich bin down just in peace äh ne ich bin doch nicht down aber ich hab wieder ich hab wieder big mama probleme ich hab wieder big mama probleme ich hab wieder big mama probleme und nein ich will kein geld verdienen nein ich will kein geld zumindest junger dieses ding ist unsterblich klar ist das ding unsterblich Die hast du schon mal gekriegt, die kriegt sogar was. Ich habe gerade mit der Schatkanraube geschlossen. Leute, es wird gerade abhauen. Ja, würde ich gerne. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Hallo, ich entkommen. Ja, verdammt. So, ich habe das hier durchgespielt, indem ich es einfach vor meinem Handy geworfen habe. Weil ich habe nicht so gerne Dreck auf meinem Handy. Dankeschön. Jetzt entkomme ich nämlich auch noch. Hallo, ich will bitte entkommen. So, Leute. Und das war's. Kommen wir zum Main-Menü. Ui, das wohl Spannendste am ganzen Spiel. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten... Was heißt Let's Play wieder bei den nächsten Videos, was wir auch immer zocken werden. Vielen Dank an Black Hat. Vielen Dank an It's by Crannell, dass ihr dabei wart. Kein Problem. Und ja, macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Ich brauch danach erstmal eine Therapie. Dann sehen you. Ich weiß nicht. Tch. Das K wsp kayak'n hacking.